Hey, ich bin Kathi und dies ist ein ganz besonderes Video, das mir sehr am Herzen liegt, weil das heißt, ich bin anders. Und dies ist ein Mutmach-Video für alle Menschen, die diesen Satz kennen, die den schon gehört haben und in deren Kopf er so rumspukt. Und das Video richtet sich an alle, die in irgendeiner Form anders sind. Ob du jetzt Veganer bist oder Rohköstler oder YouTuber oder eine andere sexuelle Gesinnung hast, die vielleicht nicht der Norm entspricht oder ob du irgendwie anders gekleidet bist als die anderen oder nicht so eine normale Arbeit hast wie der Rest der Welt oder was auch immer. Und ja, ich möchte dir einfach Mut machen, deinen Weg weiter zu gehen. Und ich verstehe mich so als Pionierin. Ich gehe irgendwie voran. Ich bleibe mir treu und gehe vielleicht andere Wege, die noch nicht so ausgetrampelt sind. Aber das fühlt sich halt für mich gut und richtig an. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich halt das mache, komme ich halt voll in meine Kraft und bringe mein Strahlen heraus. Und damit ermutige ich andere, das auch zu tun. Und ich bin zum Beispiel, ich bin ja Heilpraktikerin, war an einer Heilpraktikerschule und ich hatte das Gefühl, da ist der ganze Haufen an schwarzen Schafen und Andersartigen gelandet. Und es war total gut, sich so zu treffen und zu merken, ja, es gibt viele, die irgendeine Art von Andersartigkeit haben, wo du nicht der Norm entspricht. Und ja, das ist gut, sich zusammenzutun und mit anderen zu verbinden. Also ich mache dir Mut, ihr ein Umfeld zu schaffen, wo du, ja, Leute triffst, die auch anders sind. Sei es jetzt, dass du dich mit anderen Veganern triffst oder anderen Rohköstlern oder anderen YouTubern oder irgendwie die, die auch so die Kleidungsvorlieben haben oder was auch immer da gerade dein Thema ist. Und ja, schaff dir ein näherndes und ein näherndes Umfeld, genau. Und bleib dabei und bleib dir treu und geh deinen Weg immer weiter. Und ich bin mir sicher, dass, ja, da wo dein Herz für schlägt, das ist genau das Richtige, was die Welt von dir braucht. Also, du bist nicht allein und, ja, sei du selbst, würde Hanna jetzt sagen. Okay, dann, das war's auch schon. Wenn du einen Kommentar hast, schreib ihn gerne runter. In der Infobox sind noch andere Videos verlinkt, die dich vielleicht auch interessieren können. Und ja, wenn du Unterstützung willst dabei, dann schreib mich gerne an. Ich freue mich über den Dialog und ja, wünsche dir alles, alles Liebe. Ciao! Ciao!